Hat die PC Master Race jetzt auch schon die Konsolen erobert, kann die Nintendo Switch jetzt endgültig einpacken? Dieses schöne kleine Teil hier ist eine Nintendo Switch auf Steroiden, also ein vollwertiger PC mit Notebook-Hardware. Zugegeben, das Prinzip ist nicht neu, aber das Ding ist so der vielversprechendste und aktuelle Anlauf, den wir im Moment testen konnten. Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch wenige Stunden bzw. ist schon erfolgreich beendet, während ihr dieses Video vielleicht schaut. Aber trotzdem kann man das Ding bald käuflich erwerben. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Mit dem Teil kann man natürlich nur bedingt, aber ja, AAA-Spiele durchaus unterwegs zocken. Sowas wie Cyberbank 2077 mit ziemlichen Einschränkungen, aber es ist immerhin möglich. Es ist ein PC. Fürs Gaming-to-Go eigneten sich bislang eigentlich nur Konsolen wie die Switch oder eben Smartphones. Wer da ein bisschen höhere Ansprüche hat, der musste sich an eine Steckdose begeben bzw. zum Notebook greifen. Zum deutlich teureren Notebook muss man sagen, jetzt ist das Teil auch nicht ganz billig. Das gibt es ab 800 Euro ab, je nach Ausstattung. Wie gesagt, je nach Speicher, NVMe und RAM-Ausstattung. Da drin wohnt eine Tiger Lake CPU, also die aktuell stärkste integrierte Grafikeinheit. Deswegen macht so ein kleiner Intel Tiger Lake da durchaus Sinn. Die XE-Grafik, die ist immerhin schon nicht schlecht. Also damit kann man schon so an Full-HD-Gaming denken. Nicht zu vergleichen mit dedizierten Grafikeinheiten. Das sind ganz andere Sphären, aber ja, für unterwegs könnte es ja immerhin reichen. Und das werden wir jetzt testen. Gleich vorneweg, wir haben für den Test des Teils hier keine Kohle gesehen. Das haben wir freiwillig genommen, einfach weil es cool ist, klar. Aber trotzdem muss da oben Werbung stehen, weil wir das hier kostenlos zum Testen zur Verfügung bekommen haben. Das schreibt eben die allmächtige Landesmedienanstalt vor. Klingt komisch, ist aber so. Also, nehmen wir das Ding mal von allen Seiten unter die Lupe. Auf dem ersten Blick wirkt das wie eine Nintendo Switch auf Steroiden. Links und rechts, neben dem 8,4 Zoll Touch-Display, finden wir die Controller-Hälften, welche dem Xbox-Layout gleichen. Die Front-Buttons und das Steuerkreuz machen einen soliden Eindruck. Beide Analog-Sticks hingegen haben einen etwas kleinen Bewegungsradius. Das macht das Zielen etwas schwieriger. Also ein eingefleischter Consolero mit abgehobenen Ansprüchen, dem könnte das stören. Außerdem haben wir an der Frontseite ein paar Stereo-Lautsprecher. Die haben so ein bisschen Telefonhörer-Qualität, sind wirklich nichts Besonderes. Wer da mehr erwartet, sollte gleich auf Kopfhörer umsteigen. Aber immerhin sind sie sinnvoll vorne platziert und bieten überhaupt einen Sound. Oben finden wir neben den gewohnten vier Schultertasten auch eine Klinkenbuchse für ein Headset. Zweimal USB-Typ C und ein USB 3.0-Port. Ein USB-C wird davon zum Laden benutzt. Zusätzlich ist sogar noch ein Micro-SD-Karten-Slot vorhanden. Über der Turbo-Taste finden wir eine Taste für die Bildschirm-Tastatur. Eigentlich ziemlich praktisch, wenn es nicht die Windows 7-Tastatur wäre. Die Tablet-Modus-Tastatur gibt es auch, ist in der Tagesleiste, aber muss man extra umständlich aufrufen. Bitte fixen! Die Rückseite hat einen ausklappbaren Klappfuß, damit kann man das Teil wirklich schön und bequem hinstellen. Das Ding ist ziemlich solide, kein Plastik, alles hier schön aus Metall. Macht alles einen hochwertigen Eindruck, das Ding. Außerdem hinten ein Mute-Button und zwei Lautstärkeregler. Wie gesagt, hier hätten wir uns noch was für die Display-Helligkeit gewünscht, aber naja, man kann nicht alles haben. Der One X-Player liegt ungewöhnlich gut in der Hand, ist mit 800 Gramm nicht so schwer und trotzdem noch beim langen Zocken. Tut nicht weh in der Hand, führt nicht zu Sehnen-Scheiden-Entzündungen oder anderen Gamer-Gebrechen. Also ist immerhin noch schön groß genug, dass man wirklich was Gutes erkennen kann, aber immer noch trotzdem noch leicht, wenn auch nicht unbedingt hosentaschentauglich in dem Format hier. Zum Design sei noch gesagt, dass jemand, der mit den orangenen Elementen hier nichts anfangen kann, es wird noch eine komplett schwarze Version davon geben. Der One X-Player ist mit drei verschiedenen CPUs verfügbar. Zweimal Intel 7, der 1185 G7 und 1165 G7. Beide unterscheiden sich nur ein bisschen am CPU-Takt und nicht unbedingt an der Grafikeinheit. Die ist bei den beiden Tiger Lake E7 gleich. Hier haben wir den i... Ja, welchen haben wir hier? Äh, mal nachschauen. Hab ich echt vergessen. Hier drin haben wir den 1165 G7. Also der ist auch ein bisschen billiger und einfach der bessere Kompromiss, weil in so einem Ding braucht man nicht das letzte Quäntchen CPU-Leistung. Da limitiert dann wirklich schon die, ja, eher mickrige Grafik. Das kann man sich sparen. Auch der Rest der Hardware-Ausstattung liest sich wie die eines Notebooks mit 16 GB Arbeitsspeicher. Eine SSD von 500 bis 2 TB und vorinstallierten Windows. Was das angeht, auch alles sinnvoll konfiguriert. Ähnlich wie Notebooks gibt es hier auch Leistungsprofile. Dafür ist diese Turbo-Taste da. Das ist wirklich gut, dass das mit einer Taste belegt ist. Und man nicht wie andere Sachen wie die Helligkeit umständlich im Windows umstellen muss. Also da gibt es dann den Unterschied einfach zwischen der Leistungsaufnahme, der CPU. Im Turbo geht sie knapp bis auf 30 Watt hoch. Ohne sind es um die 20. Die beiden Lüfter sorgen für eine gute Kühlung. Da hinten wird Luft angesaugt. Da oben kommt sie wieder raus. Ja, auf dem Windows-Testtop sind die Lüfter standardmäßig aus. Das ist toll. Das ist auch sinnvoll. Also absolut lautlos das Gerät. Sobald ein bisschen Grafiklast anliegt, sind sie natürlich wie auch eigentlich bei jedem Notebook hörbar. Wir haben gemessen in unserem Soundlabor 1,2 Sony für die Nerds unter euch. Ist nicht unbedingt stören. Kann man sich dran gewöhnen. Ein Switch-Nutzer wäre vielleicht etwas irritiert. Aber gut, ist einfach aktuell nicht vermeidbar. Zwischen Turbo und Nicht-Turbo gibt es einen kleinen hörbaren Unterschied. Nicht unbedingt weniger oder mehr störbar zwischen 1,2 und 1,7 Sony. Ich versuche das mal anzuschmeißen und mein Mikro hier zu halten. Ich maltretiere das Teil mal mit Cinebench und hört man es? Nicht unbedingt ein Düsen-Chat, aber klares entspannendes Meeresrauschen. Herrlich. Da das Teil im Prinzip ein Notebook ist, hatte ich zunächst die Befürchtung, dass das im Akkubetrieb nicht die volle Leistung abrufen kann, wie so manches Notebook. Aber da kann ich Entwarnung geben. Also wirklich nur der Turbo-Button beeinflusst die Leistung. Selbst im Akkubetrieb gibt es hier die volle Turbo-Leistung. Das ist schon mal ein guter Schritt. Der One X Player ist ein Gaming-Computer for Hardcore-Gamers, wie man da deutlich lesen kann. Die native Auflösung des Handhelds ist 2560x1600. Also das ist die WQX-G-Auflösung im 16 zu 9 Format. Man braucht sich aber nicht der Illusion hingeben, dass man in dieser nativen Auflösung hier ordentlich zocken kann. Also man muss fast immer runterschrauben wegen der Grafikleistung, die ja einfach nicht vorhanden ist. Ja, da haben wir uns gefragt, warum dann überhaupt so ein hochauflösendes Display? Klar ist das toll, man sieht hier überhaupt keine Pixel. Es ist gestochen scharf, herrlich. Aber halt eben nur 60 Hertz. Gaming-Computer für Hardcore-Gamers unter 120 Hertz eher nicht. Es gibt wahrscheinlich hier noch keine hochfrequenten Panels in dem Format. Das Display haben wir auch durchgemessen. Wir waren zunächst überrascht von dem ziemlich guten Kontrast, untypisch für IPS über dem Niveau von 1000 zu 1. Die Helligkeit kommt nicht ganz an 300 Candela ran, also im strahlenden Sonnenschein ist das wahrscheinlich eher nichts. Und mit unserem fachmännischen Scheuklappen haben wir schon entdeckt, das Display hat einen leichten Blaustich, was jetzt ebenso auch nicht den Otto-Normal-Gamer stört, aber ja auch das Cholerometer gemessen hat. Auch den Blaustich finde ich nicht unbedingt so wild. Den kann man auszerieren über die Farbtemperatur, falls dem einen überhaupt stört bzw. auffällt. Von daher wichtig ist, das Ding deckt den wichtigen SAGB-Farbraum, der eigentlich einzig relevante für den Privatgebrauch, vollständig ab. Wird auch behauptet auf der Herstellerseite und ist auch hier gemessen der Fall. Das ist die Hauptsache, ebenso wie den richtig guten Kontrast und naja, die immerhin gute Helligkeit, will ich sagen. Wir haben natürlich nicht nur Timespy und sonstige synthetischen Benchmarks durchgejagt, sondern auch einige praktische Spiele getestet. In The Witcher 3 liegt die durchschnittliche Framerate, native Auflösung, bei 20 FPS. Hier muss man eindeutig Kompromisse eingehen, also auch da einfach mal 800p anlegen und schon kommt man locker mit dem Turbo-Modus auf spielbare 60 FPS. Im Wikinger-Spiel Valheim kamen wir bei niedrigen Grafikeinstellungen und der Auflösung von nativen 1020p auf 24 FPS. Es ist nicht wirklich prickelnd, also auch da 800p Auflösung und immerhin 30 FPS. Das Spiel ist noch im Early-Access-Status, ist nicht sonderlich gut optimiert, auch nicht für solche kleinen Grafikeinheiten. Auch die Hersteller veröffentlichen FPS-Werte auf der Crowdfunding-Seite. Dazu muss man sagen, hier wurde nur in 27p gemessen. Was nicht mehr dem nativen Seitenverhältnis von 1610, sondern 1609 entspricht, was niemand nutzen würde, weil sonst hätte man einfach nochmal zusätzlich Balken oben und unten. In 800p ist die Leistung halt nochmal ein kleines bisschen geringer. Trotzdem schlägt sich der OneX Player in puncto Gaming wirklich nicht schlecht, bietet gerade in älteren und weniger anspruchsvollen Spielen. Und wenn da schon Hardcore-Gamers draufsteht, messen wir das Ding auch wie Hardcore-Gamer, also prüfen wir hier auch den Input-Lag. Klar ist das Ding hier nicht unbedingt was für den E-Sport, aber uns interessiert einfach der Vergleich zu einem Gaming-Notebook, das wir schon gemessen haben. Und wir haben ja hier die Möglichkeit, dank unseres NVIDIA Latency Display Analyzers, kurz LDAT, ich habe hier die Auswertung von 100 Schüssen in Overwatch bei größtmöglicher FPS mal gespeichert, also auf jeden Fall über der Bildwiederholrate. Wir kommen ja auf durchschnittlich 71 Millisekunden. Ist nicht unbedingt ein Niveau, womit man gewertete E-Sports-Gefechte ausfechten möchte. Ein Notebook mit 144 Hertz kommt in etwa auf gut 30 bis 20 Millisekunden und hochgezüchtete 360 Hertz Panels auf weit unter 10 Millisekunden. Die Frage ist aber hier, ist das spürbar oder nicht? Für einen hochsensiblen E-Sportler natürlich schon, aber für den Otto-Normal-Gamer auf keinen Fall und von daher ist das ein absolut akzeptables Niveau für so ein kleines schönes Handheld. Zur Akkulaufzeit. Bei so einem Teil nicht ganz unwichtig. Bei einem Gaming-Notebook eher, da zockt man an der Steckdose. Hier aber haben wir mehrere Tests durchgeführt. Der Hersteller gibt hier bei einem 60 Wh Akku bis zu 10 Stunden Videoschauen an. Vielleicht bei niedrigster Helligkeit. Wir haben aber praxisnah, in dem Fall ohne WLAN, auf mittlere Bildschirmhelligkeit gemessen. Wir benutzen dafür PC Mark 10, das Modern Office Szenario, was ein bisschen Office Anwendungen durchjagt, wie Surfen, Video Chat. Und in dem Szenario kommen wir knapp auf 5 Stunden und 53 Minuten. Also um die 6 Stunden kann man da locker, wenn man das Ding nicht beansprucht, sondern aus Versehen damit arbeitet, locker durchhalten. Beim Spielen haben wir zweimal Akkulaufzeit gemessen und zwar mit und ohne Turbo. Mit Turbo, auch mit WLAN. Ohne Turbo merken wir 1 Stunde 40 Minuten. Ist nicht sonderlich lang. Wahrscheinlich so eine Switch oder ein Gameboy wird da länger durchhalten. Smartphone sowieso. Aber da steckt einfach viel mehr Leistung drin und da muss man einfach entsprechende Abstriche machen. Ist nicht sonderlich lang, aber mit der Grafikleistung war auch nichts anderes zu erwarten. Schaltet man unter Akku den Turbo an. Wie gesagt, die volle Leistung ist hier zur Verfügung. Aber hier haben wir 1 Stunde und 19 Minuten. Kommen wir zum Fazit. Ganz nettes Spielzeug hat hier OneNetbook gebaut. Der Handheld PC wirkt an sich ziemlich fehlerfrei, bis auf die paar genannten Macken. Aber ohne wirklich größeren Schnitzer mit gedrosselter CPU oder sonstigem. Von daher wirklich nicht schlecht gemacht. Den Tiger Lake sinnvoll integriert. Schönes, großes Display. Leider nur 60 Hertz. Aber immerhin dafür eine gestochen scharfe Auflösung. Auch wenn man die in Spielen, außer vielleicht solitär, nicht unbedingt groß nutzen kann. Nichtsdestotrotz. Das bleibt einfach eine Nische. Handheld PCs. Das wird wahrscheinlich nicht unbedingt die Revolution werden. Warum nicht einfach ein Notebook, was ähnlich so viel kostet? Um die 800 Euro gibt es das Teil. Dafür kriegt man ein gleich ausgestattetes Notebook und kann mit einem Bluetooth Controller genauso zocken. Von der anderen Seite bei der Switch ist es auch eine Konkurrenz. Die kostet nicht mal halb so viel. Ist Hosentaschentauglich im Gegensatz zu diesem Backstein hier. Aber gut, klar, eben kein PC und nicht so leistungsfähig. Ist eben auch eine Geschmacks- und Glaubensfrage, was man wie lang und wie oft eben damit machen will. Also die Luft in dieser Nische ist ziemlich dünn. Mal schauen, wie das Ding ankommt. Aber wie findet ihr das Spielzeug? Ist das eine Option für euch? Eine richtig gute Umsetzung? Und könnt ihr euch vorstellen, mit sowas unterwegs vielleicht sogar zu zocken? Vielleicht sogar Triple-A-Titel? Schreibt es in die Kommentare und ich freue mich auf die Diskussion mit euch über dieses schöne Spielzeug. Bis dahin, lasst ein Like und Abo natürlich da. Und wir sehen uns unten in den Kommentaren. Bis dann und tschüss.